Hallo liebe Tiefsee-Freunde zu einer neuen Ausgabe von Sweet Transit. Wir müssen weitermachen und ihr seht oben links die neuen Aufgaben und nebenbei noch, dass Holz sehr sehr begehrt ist. Das Schlimme ist, wir haben hier unten keine Kohle für den Zug. Das ist blöd, das ist blöd. Ja, weil keine Kohle Richtung Lagerhalle kommt. Da haben wir leider einen vergessen. Einen Zug. Pass auf, das müssen wir jetzt unbedingt noch auf die Reihe kriegen. Pass auf, das machen wir mal so, dass wir hier jetzt mal Signale hinsetzen. Jetzt wird es tricky. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und zwar bauen wir jetzt hier eine Verbindung hin. Genau, hoch. Naja, so nicht. So vielleicht. Und tu auch gleich hoch. Da. Nee, so nicht. So, nicht. Stopp. Abreißen. So ist besser, genau. Genau. Das können wir abreißen. Und dann müssen wir hier hoch, irgendwann mal. Und geht's. Naja. Und jetzt geht's hier runter. Ich würde aber, warte mal, wir machen, glaube ich, die Signale eher hier vorne hin. Sonst haben wir hier ein Problem, glaube ich, wenn der hier steht. Ja, ist besser. Und hier. Genau. Und dann, ja, brauchen wir eine Kohlezug. Und hier brauchen wir auch noch eine. Ein Signal. Und hier brauchen wir, puh, da brauchen wir eine Weiche auf jeden Fall. So würde ich sagen, ne? Ja, wir schauen mal, ob das funktioniert. Also, Kohlezug. Umdrehen. So. Route neu. Das ist jetzt Kohlezug Lagerhalle. Und zwar fährt der von... Na, nee. Falsch. Fährt von... Hier. Nach... Da. Jetzt müssen wir mal schauen, welchen Gleis. Nein, das sieht gut aus. Ja, das kann man so lassen. Und zwar von... Hier. Fährt er ein. Und... Ja, hier fährt er rein, genau. Weil das eigentlich wurscht ist. Warte mal. Wir machen das anders. Warte mal, wir machen das anders. Nichts noch ändern. Ja, gut, nicht auf Kohle. Das lassen wir nicht. Okay. Machen das so. Warte mal, Halle. Nicht Hallo, Halle. Wie heißt das? Bitte. Genau. Und dann... Zugdepot. Und die Route auswählen, bitte. Und dann kann es losgehen. Mal schauen, ob der rauskommt überhaupt. Da muss ich mich jetzt erst hier aus dem Depot rauskommt. Na? Na, war zwar klar. Das war jetzt schlecht. Das war aber fast klar, dass es nicht funktioniert. Ähm... Zurück bitte ins Depot bringen. So, jetzt geht's weiter. Warte mal, man kann ja sonst nicht fahren hier, ne? Nochmal. Da muss ich hier nur kurz vorbei. Jetzt. Ja, genau. So ist es richtig. Boah, ist der schnell. So. Den muss ich auch noch ins Depot bringen. Der braucht auch noch einen Waggon mehr. Stopp. So, langsam. Nicht so schnell. So. Stopp. Ja. So, pass auf. Dich ändern wir. Da kommt noch einen Wagen drauf. Zack. Und jetzt wieder raus da mit dir. Ja. Das kannst du doch fahren. Du kannst doch hier durchfahren. Mein lieber. Wieso? Hast du jetzt nur blieben? Warte mal. Du fährst doch hier entlang. Wieso hast du hier rot? Kannst du hier wunderbar durchfahren? Einmal runter, ne? Wäre schlecht. Äh, warte mal. Darf ich mal machen's anders? Du gehst wieder zurück, bitte. Ja. Nee, Rückersgang geht nicht. Nee, geht auch nicht. Auf Multidrive stellen. So, genau. Bitte. Wir müssen das tatsächlich hier anders machen. Wir müssen hier noch ein Signal hinsetzen, bitte. Das habe ich ganz vergessen. So. Genau, so ist besser. So, nochmal. Wo ist's? Der muss auch gleich raus. So. Jetzt kommt der Holztug wieder. Genau, jetzt haben wir das erstmal versorgt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass der wieder ins Laufen kommt mit dem Holz. Und der bringt die Kohle. Ich würde sagen, wir bauen hier noch ein zweites Sägewerk hin. Und natürlich auch noch Gleise, ist auch klar. Damit wir hier besser durchkommen. Holz für der Lager. Siegewerk, genau. Hier ist das Siegewerk. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Dann die berühmte Bahnhof brauchen wir noch, oder? Nee, die können zusammen. Die Baumschule. Äh. So. Ja, halbwegs passt. Wunderbar. Ja, Arbeiter fehlen noch. Die kommen aber gleich. Und wir müssen jetzt mal hier noch schauen, dass die angeschlossen werden. Jetzt hat der falsches Gleis wieder. Oh, Leute, Leute, Leute. Oh, das war falsch. Das war schlecht. Das Depot senden. Und ich gleich hinterher, ne? Okay. Gut. Unfälle sind immer schlecht, wie ihr gesehen habt. Ja, Lagerhalle, da brauchen wir lieber auch nochmal einen Bahnsteig hin, weil die werden auch langfristig wachsen. Da wird immer mehr hingeliefert, deswegen besser gleich vorsorgen, hier. So. Dann fahren die nämlich unabhängig noch voneinander. Die Züge. Pass auf, dann brauchen wir hier hinten, auf jeden Fall. So. Ne? Genau. Dann kann nämlich dann der Holzzug, der ist da, genau, sehr gut. Der Play. Und der Holzzug, der wird jetzt nämlich, äh, ja, wieder weiterfahren, ist auch klar. Das ist die Frage, schafft der Arbeiter beide? Ja. Das schafft er nicht ganz, glaube ich, ne? Das war dann wieder auf dem selben Zug eigentlich, ne? Äh, stopp. Das war so klar. Das war wieder so klar. So. das geht nur wenn ich hier drüben auch wieder rüberkomme so auf geht's Gott. Ach, der bedient beide, ne? Stimmt, der bedient beide. Das ist natürlich jetzt blöde, weil der immer... Naja, der hat natürlich viel zu tun. Warte mal, dann müssen wir die Route ändern. Das gefällt mir nicht mehr so. Und auf der nimmt das Sägewerk raus. Ja, da kümmert sich nur noch um die da oben. Und Duo, beziehungsweise das Depot, macht einen neuen Zug. Komm mal. Neue Route. Und zwar, Arbeiterzug, Sägewerk. Genau. Ich hoffe, dass das funktioniert. Der soll... Ja genau, hier einfahren, genau. Und... Geh hin. Ja. Kann er machen, von mir aus. Und dann Route. Wieder ein Problem. Warum fährt der nicht hier rüber? Warte mal. Ah, ich weiß schon, warum. Hier fiel ja das Signal. So. Genau. Also nochmal. Oh. Was ist jetzt los? Was ist denn der für ein Problem? Fahr doch zu. Ist der blöd oder was? Ach, wie geht's ihm? Naja. Verstehe ich nicht. Okay. Go. Jetzt wird natürlich hier auch kritisch. Moment mal, langsam. Jetzt müssen wir schauen, dass die hier... Und hier kommen alle. Jetzt halt. Genau. Genau. Das war so klar, dass das natürlich jetzt nicht geht. Nein. Warte mal. Stopp. Das muss raus. Das muss raus. Das muss raus. Das muss raus. Ich hoffe, es funktioniert so. Okay, nochmal go. Ah, jetzt geht das Tüfteln los, dieses, auf welchem Gleis fährt welcher Zug ein am besten. Jetzt fährt er nicht ein, ne? Wieso fährst du nicht ein? Mach den mal ein bisschen weg. So müssen wir ein bisschen umbauen hier, mit den Signalingen. So, ist besser. So ist es fein, ne? Genau. So, das müsste jetzt eigentlich wieder flutschen, da unten auch, oder? Auf ich, mit dem Holzzug. Genau, das läuft auch. Und ist schon so niedrig. Hm. Das ist jetzt schlecht. Warum arbeitet da keiner? Habe ich das falsch gemacht? Arbeiterwechsel? Nee, passt. Hm. Das ist mir falsch. Der Fett, du bist auch immer so schlecht. Das ist ja auch tricky hier mit dem. So. Ich glaube, das sind zu wenig einfach. Wir brauchen noch mehr. Wir haben noch, eigentlich haben die doch, müssten die genügend haben, weil, hast du 40 50 haben die hier. Was ist mit deinem Problem schon wieder? Na, fährst du den Fall schon gleich wieder ein, ist klar, ne? Und die Drive. Wieso bringt der nur 40 an? Auch 160? Geht doch. Zeig ich doch. Das muss doch gehen. Also bitte, ne? Noch nicht genügend oder was? Meine Herren. Okay, wie schaut's hier aus? Kartoffeln steigen. Wir machen mal weiter mit der Wohnstätte. Und zwar bauen wir hier weiter. Mhm. Pass auf, wir bauen das mal hier hin, weil wir das hier abreißen werden und hier weiterbauen werden. So. Der Einwohnerteil steigt. Brauchen mehr Arbeiter. Ja? Damit das Holz hier aber auch mal funktioniert. Das läuft nämlich gar nicht. Bis jetzt. Ist es mit dir wieder los? Okay. Moody Drive. Tiff. Man kannouf. Tiff. 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 Warte mal, ich verfehre dir nur so, so bitte, die produzieren eben nicht, ist das Problem. Warte mal, der hat das Problem, den fährt ja falsch, der fährt ja immer auf den falschen Gleis ein. Sehr mysteriös, wenn wir nochmal einen Personenentzug bauen, ich glaube das reicht immer noch nicht. Nehmen wir mal, zwei Züge auf der selben Strecke. Jetzt wird es mal langsam ein bisschen stressig hier am Bahnhof. Warte mal, das ist das, was eigentlich, weil die wieder, ja, weiß schon, wo es wohl liegt. Der hat nämlich diese Vorgabe hier. Und dann muss ich das nehmen. Dann muss ich mich einfahren, wo er gerade Platz hat. Genau. Ist besser. Dann fahren überall einen. Ja, Kartoffeln müssen wir auch noch was machen, wenn man es halt jetzt fällt. Aber erstmal müssen wir schauen, dass hier jetzt mit dem Holz läuft. Jetzt ist es wieder da, wieder. Da, wieder. Ja. Ja. Und jetzt glaube ich, was habe es in der vielen Zeit. Das ist ein paar rose hier. Ja. 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 Ja, okay. Ja. 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 Warum kann der nicht, das geht nicht, das geht nicht, zurück, der kann nicht, der hat den Decker-Multi trifft, ne? Ich weiß schon, warum er nicht rauskommt, hier, warte mal, stopp. Da müssen wir was umbauen hier, das gefällt mir so nicht, das ist falsch, wir müssen nicht das anders machen, wir müssen das so machen, so, und hier natürlich auch ganz klar schauen, dass die hier rüber kommen. Genau, so kann das funktionieren. Genau. Okay. 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 Moment. Beide nicht. Hey, 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 hey. Wir machen das so. Okay. Das ist besser, ne? Aber ich reiße die auch ab und setze die durch die da abreißen so ist besser glaube ich deshalb wir machen wir hier auch Ja die kommt da nicht rüber, die ist schlecht Du musst dahin, dahin, du musst hier rüber noch. Das müsste jetzt funktionieren eigentlich. So die Folge gleich zu Ende. Wenn es euch gefallen hat dann bitte einen Daumen hinterlassen und wenn ihr wissen wollt wie es weiter geht dann natürlich ein Abo. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Tschö.